Ich habe auch kein Übergabeprotokoll bekommen von Tobi damals. Oh, oh. Alles sehr schwach. Dafür hast du bei ihm übergeben. Das war die Feuertaufe sozusagen. Auf jeden Fall gebrannt im Auge. Hallo. Hey. Bist du nicht der von YouTube? Ey, hör bitte auf. Bist du dir sicher, dass du den Kettengürten willst? Würdest du sie verkaufen? Aber das ist nicht der Random Drop, das ist das vom Boss. Ja, Great ist ein bisschen langsamer, hetzt ihn nicht. Also grundsätzlich sind wir alle wegen Pranemic gestorben. Ihr könnt euch alle einmal bei Pranemic bedanken. Hallo. Danke, Pranemic. Noch warten, bitte, mit dem Pullen. Shit. Soll ich denn schon wieder ketten? Was verdient hast? Nein. Ich habe jetzt ein neues Handy und das ist noch schwärzer als das davor. Ich sehe das noch selbneut. Danke für den Port. Dein altes Handy war selber. Ja, deswegen sagte ich noch schwärzer. Echt jetzt, verstärkt getütend. Gut, Leute. Ich glaube, dann ziehen wir keinen. Das passt, passt, passt. Alter, was war das? Sienna. Sienna. 16 bars. Oha. Komm doch, Junge. Was? Was? Aber ich kann nicht die jetzig machen. Ich muss dafür auch ein Banker. Ich habe noch zwei, ich brauche demnächst welche. Wir raiden immer so lange, dass ich noch ein drittes immer einwerfen muss. In der Bank sind dann noch welche? In der Gildenbank sind auch noch welche. Das ist auch gut. Du benutzt Ausdauerfläschchen? Nein, aber ich nehme die normalen Fläschchen zum Beispiel raus, um Kessel zu machen. Tobi hat mich auch angeflüstert gestern mit Benutz mich. Mein Vater hat gesagt, er macht Nudelsalat. Alter, von Papa Tool? Ja. Nice. Ich hoffe, er macht den Salat nicht mit seiner Nudel. Mit Spezialsoße. Das ist dann einfach so ein Mörnsalat. Aber heißen nicht Mörnsalat. Wurde umgerührt mit einer speziellen Zutaten. Drei. Zwo. Eins. Go. Gesundes neues. Hey. Bald Silvester schon wieder und Weihnachten. Ich habe noch keine Geschenke, Mann. Was ist denn dieser? Steht der da immer? Er? Ja. Ja, tut mir ein Eid. Tobi klingt wie ein Kleinkind. Hä, ist sie tot? Ja. Ja. Oh, okay. Ja, da kriegt wirklich nichts mehr mit. Ist der Key schon gestartet, Leute? Guck mal, dieses Mount rum bei uns nächste Woche, Leute. Welches denn? Das ist hier dein Hard-Mode-Ding, oder was? Ja. Wenigstens, das ist im Hard-Mode bei dir, Mann. Äp, 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 wieso denn ich? Ja, das ist das, was ich brauche. It's the eye of Mechagon's real fight. Kann wer kicken, der heilt sich komplett hoch. Danke. Nö. Nö. Nö, nö, nö. Na endlich, ich hab mal wieder eine Möglichkeit hier für mich zu sterben. Die famoeste Passage. Das ist ja famos. Wer stellt denn die Scheiße da auch so beschissen hin? Diese beschissene Scheiße, Junge. Hast du jetzt Jana echt liegen gelassen? Jana Umfeld und Tobi so, speed up it is. Hast du nicht gerade die Mechanik von dem? Ja, weil du eben ja auch bei den... Oh, ich bin nicht hochgelaufen worden. Hast du mir gerade den Boss erklärt? Oh, ich bin tot. Jana und Jana, der epische Kampf. Lass uns schon mal Trash machen. Wir haben einen neuen... Also, benehmt euch ein bisschen Lul. Was? Tool benehmt euch bitte. In der Fall haben wir auch von denen. Das ist ein Riddling, stell da direkt in die Suppe, weißt du? Silber ist tot. Ich hab Agro. Oh nein, ich bin tot. Blau. Ja, das war die Strafe. Nimm die Nuggets aus dem Mund und komm hier runter. Niemals. Ich bin jetzt auch klar. Oh. Ein bisschen schmuntes immer. Aber wenn ich eins gelernt hab, dann ist es auch mit kleinen Sachen zufrieden zu sein. Die Enttäuschung ist nicht so groß. Greift das eine Frage für dich im Guild Chat? Ist der T3-Sub? So. Dieser Baby-Wulbra macht mich jedes Mal so fertig, ne? Tool, kannst du meine Brust verzaubern? Ja. Ich verzauber dir alles. Ihren Mann. Oh Gott, mir wird schlecht. Verzauber mich, du Sau. Ich wünschte, der Leidensschmied wäre von Udo Lindenberg synchronisiert worden. Und es geht auch drauf, aber das bewegt sich keine Mühe, obwohl ich draufstehe. Das ist nicht die Rune. Das ist das, wo du es einloggen musst. Ich bin ja so dumm. Sieht mal eigene Cooldowns aller. Okay. Heftig. Ich feier das. Ich wurde gerade angeschrieben, ob ich tanken kann. Hast du gesagt, nö, dann kam noch egal. Also, so stimmt das auch mal wieder nicht. Ich hab dich gefragt, ob dein Paddy Tank hier hat. Also, ja. Und dann hast du halt geschrieben, ich tanke 16er in time. Oha. Wie hat Flex? Du hast ja wieder ne Rewe-Lieferung. Auf Toilette. Ich hab hier ne Lieferung. Tobi hat noch Aquamaler daheim. Anomale Aquamaler. Oh ja. Aber die hat er persönlich immer nachgefüllt. Mhm. Gefühlt bin ich das Spucknäpfchen. Okay, Moment. Die hatten dann auch immer so einen Gelbstich. Weißt du Tobi noch ganz kurz ein, was er zu tun hat? Äh, ja. Wenn wir sterben, sind eigentlich immer die DDs schuld. Oder die Heiler. Letztens hat auch einer gefragt, was Tüften sind. Da wusste ich, hat kein Herr der Ringe gesehen. Instant mad gewesen. Schlimm, ne? Ja. Ah, Toch, Pellen. Wer Wantus-Fuhren hat, kann die übrigens auch gerne benutzen. Auf jeden, äh. Hat wer günstig, Wantus-Fuhren abzugeben? Irre, Leute. P2. Du machst das jetzt. Moment. Die machen sogar ein bisschen Schaden. Die machen die grad. Nice. Kleinen Moment bitte. Ist mein Getränk umgefallen, tut mir leid. No, no pull, no pull. Spoonie dachte einfach, ist der Getränke-Umwerft-Timer. Ach man, Aua. Einmal trink ich kein Wasser, trink Apfelsaft. Aua. 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 Einmal trink ich Wodka zum Raid, ist so eine Scheiße, ja. Es sind alle ready, lass uns bitte pullen. Ja. Oh nee, mein Getränk. Dann lass mich kurz antworten. Wir können auch jetzt Pause machen. Bitte? Wenn das über ist. Wir können auch jetzt kurz. In zwei Minuten? Ja nee, dann mach mal, mach mal lieber jetzt richtig. Tobi muss in eine Sauna. Dann bin ich sofort wieder da. Zwei Stunden später. Hey Leute, ich bin's Tobi. Ich kann leider nur noch so mit euch reden, da mir beim letzten Besuch der Männersauna die Speiseröhre samt Stimmbändern überdehnt wurde. Ich hoffe, das ist okay für euch. Jo, kein Ding, Mann. Ich bin's Tobi. Der Panamik war auch mit in der Männersauna. Du warst doch auch dabei, jetzt lachen wir nicht so. Ich hab doch eine Sache vergessen, ich überleg's grade. Ah nee, ich hab alles. Alles gut, ich hab's. Deine Ehre. Der ist bei Tobi gelassen in der Sauna. Okay. Ich muss grad sagen. Das war alles ganz traurig heute. Gönn dir erstmal einen Apfelsaft. Aber nur weil du wieder dabei bist. Mauspad auswringen. Ausblitz, Junge. Gut. Junge. Ich muss kurz Kackewaschlappen, bis gleich. Was? Irgend'n Fetisch. Und dann hab ich den Dot das zweite Mal gekriegt, nochmal. Das war Kacke. Lass mal 33 Biro öffnen, let's go. Bin gleich da. Ich setz jetzt auch kurz Werbung und bin Pissen und so. Bin auch dann gleich da. Dann geh ich zu Tilda und Anni. Ehrenmann. Okay. Mich geht zur Katze. Es war niemandem übrig ist. Ausgezeichnet. Ich bleib doch. Ich dachte grad. Jetzt zu spät, Tool. Tschüss. Habt ihr den neuen Leak mitbekommen? Ne. Achso, von Spider-Man oder welchen? Ne. Von W. Achso. Ne. Was für Spider-Man. Spider-Man. No way home. Ich hab gar nicht Todesgriff. Oh. Oh. Rennt mein Willi da schon wieder hin. Komm mal zurück, jo du Hund. Willi will's wissen. Ich hab's Willi macht mich auch komplett irre, ne? Zitat meine Mutter. Du wolltest dann erst mal deinen Bach auslassen lassen. Oh, das ist ne gute Idee. Oh Gott, das ist so dumm. Mh. Mh. Ja. Das ärgert mich. Mich auch. Mh. 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 Mh.